hallo und herzlich willkommen bei einer neuen folge mittelerde schatten des krieges gut wir haben den turm da erledigt und jetzt werden wir jetzt werden wir also ich wollte zuerst markieren wo wir jetzt hingehen wir haben da vorne gleich einmal einen den werden wir markieren und wurscht probieren mehr sterben kann ich ja nicht so ich müsste sehr stolz gewohnt werden so quasi greifen da ist einer Der Bogen, der taugt mir. Den habe ich gar nicht gesehen, dass da um einer steht. Oh weh. Ich bin momentan überfordert. So viel, da ist so viel gezeigt. Und wenn ich ducken muss ich da und halten. Und naja. Egal. Ich weiß gar nicht, wo ich mich da verstecke. Alter der hüpft immer so weit. Ich will da noch rein. Aber ich schätze, dass das alles... Aha. Aha, da sind ja zum... Da sind ja zum... Da sind ja zum... Aussagen. Da sind ja zum... Braucht irgendwo... Da unten ist er. Nein, ich will keine Schleichttötung. Ich will da jetzt runter. Und ihn verstecken. Und den aussaugen da. Na super. Okay, scheiße. Jetzt habe ich nicht gewusst, wie man aussaug. Scheiße. Ja, passt schon. Ach so. Ach so. Ach so. Ach so. Ach so. Jetzt habe ich nicht mehr gewusst, wie man aussaugt. Das ärgert mich jetzt komplett. Pfeiler. Ach so bin ich viel. Oh, das nervt mich jetzt da. Was muss ich denn da drücken? Bleibst du bitte drinnen im Gebüsch, danke. Ach Gott. So. Da drüben ist er noch. Na, da wächtet. Es funktioniert nicht. So wie ich will. Was sagt man das jetzt? Oh Gott. Okay, hat das. Immun gegen Kampf in der Richtung, na super. Okay. 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 Wieso zieht er sich zurück? Ich will töten. Na komm her, komm her jetzt da. Na super. Den kann ich jetzt nicht töten. Ich weiß, dass du überfälle magst. Wie ist dieser hier nach Waldläufersstandards? Ich muss mich gleich mal trainieren. Ja, ja, ja. Uh oh. Ja, ja. Wie kommen wir denn nach? Jetzt kommen wir wieder her. Oh oh. Jetzt bin ich hier. Na was ist? Wie geht das jetzt? Was muss ich drücken? Letzte Chance. Halten oder was? Ypsilon geht er nicht. Ich muss weg da, ich muss weg da. Das war ein voll scheiß. Das sind zwei Fühle. Das war nix. Der war zu stark wahrscheinlich der Endgegner oder was? Das war eine Chance. Ich habe aber keine Ahnung, dass der zu stark ist. Das ist eine Chance. Wenn da alle auf dich zukommen, dann kommst du wie ein Irrer. Siehst du eh wie viel da? Das nervt. Das nervt komplett. So, wo sind wir? Der ist jetzt hier runtergerendet oder was? Ist das der? Oder ist das wieder ein anderer? Was bedeutet der Rode Todenschädel? Drei. Achso. Achso. Der Fünfer. Das war mal zu klein. Der ist zu stark. Hau da. Und den da? Weiß ich nicht, ob ich den schaffe. Oder kann ich nur nehmen? Oder kann ich nur nehmen? Äh. Leben Stufe 2? Dass ich nur einen Stufe 2 nehmen kann? Ich habe ja keine Ahnung. Ich könnte ja mal den schauen. Schauen wir uns den an. Den dann. Ja. Egal. Egal. Der kann man anschlecken dort. Wo ist denn jetzt da der markierte? Beilebau hier auch. Aha. Egal. 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 Ägal. Weiß ich nicht. Kann ich das current schon machen oder nicht? Mit meinen Stufen? Bin ich... Unterlevel oder was? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Also das ist... Na ja. Und da? Woh! Da unten sind Pfeu, da holen wir uns gleich die Pfeile. Ach Gott, da sind sie entdeckt. Der Reiner da oben, gut. Der ist rot. Wie ist das der 3er oder was? 3er, ja. Ich weiß nicht, kann ich den nehmen, oder den? Ach Gott, ich weiß es nicht. Der wird wahrscheinlich auch aufhauen. Gehen wir mal rauf hier. Aber wenn der roter Todenschiller ist, glaube ich, geht das natürlich nicht, oder? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Aber dann ist der von oben rechts sind drin. Ist der da unten? Hier ist der unten. Oh, bitte, schon mal drauf. corriere dude. Da unten, ne? Leute, du stehst da, ne? Ach, Scheiße. Oh, oh. Jetzt geh endlich drauf, du Wichser. Und du? Du bist so groß. Boah, ich muss da erst reinkommen. Da will ich nicht die Tasten, was ich will. So. Das nehmen wir. Wenigstens einmal Erfolgserlebnis. Stufe 3. Das nehmen wir, klar. Ja. Noch ein bisschen Erfolg. Ja. Stufe 3. Passt. Du bist so großartig. Okay. Okay. Ich kann ihn nicht verletzen. Oh, wei. Das habe ich nicht gesehen. Das ist der Wahnsinn. Was ist das jetzt? Wollte besser. Ich bringe sie zur Strecke und schatze. Okay. Oh wey, oh wey Oh wey, oh wey Seh da, los Ach so, die Ratten Da vorne Sehr gut Oh, ich bin eh schon früh, oder? Okay Okay, gut Schauen wir mal, wo wir da sind Da könntet man zum Turm her Den Turm machen, ja Da drüben ist der eine Ja LTP gedrückt Um einen Wurm zu verhören Das habe ich vergessen, ja 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 Ach so, da Was ist mit deinem, ist das? Ja Die Stadt lebt in Ruinen Aber kein Vergleich zu meiner Stiere Wenn wir damit fertig sind Heute So Auf wieder zum Turm Ja So So. Wollen wir wieder reinigen? Ah, das eine habe ich schon. Und dann haben wir noch 2 Sachen zum finden. Ja. Sehr gut. Das haben wir. Das haben wir schon. Und dann brauchen wir noch dieses. Aber wo ist dieses? Da. Oder? Ja. Na. Na komm. Geht schon. Gleich haben wir es hier. Haben wir. Hier. Gut. Rote Zone. Oder was ist mit der Zone? Äh. 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 Ich weiß nicht was das ist. Rote Zone. Für das glaube ich bin ich noch zu schwach. Oder? Äh. Was ist das jetzt? Äh. Wahnsinn. Wahnsinn. Ah. Da hätten wir einen Dings. Den könnten wir schauen. wo ist der? Affenarsch. Wo ist der? Affenarsch. Äh. Wahnsinn. Ja. Das hält die Schmerzen. Äh. Es ist immer wieder soی los. Es ist immer wieder so. So. Oh. Ja. Oh. Äh. Ja. Oh. Oh. There. Kannst du auch keine Attentat machen? Warum? Da ist er! Das ist der! Alter Fuchs, wie soll ich denn aussaugen, wenn da so viele umstehen? Und da steht der, das ist ein 12er! Dann kannst du ja viel vergessen! Er bist du deipert, Alter! Er zündet durch einfach alles! So schaut er aus! So schaut er aus! Bis du deipert! Was hat der? Schwächen? Ja, ich muss erst Infos sammeln! Na klar! Und der, das wird schwar! Infos sammeln, na herrlich, ja! Na gut, liebe Leute! Das war's wieder für diese Folge! Danke fürs Zuschauen! Ich hoffe es hat euch gefallen! Würde mich freuen auf ein Like und ein Kommentar! Wäre super, wenn ihr mich mit einem Abo unterstützt! Wenn ihr die Glocke aktiviert, verpasst ihr keine Folge! Tschüss, ich bin raus!